hallo liebe freunde herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahmesession vom minecraft projekt die burg so letztes mal haben wir angefangen hier den turm den baum zu hacken und da unten drin hat sich natürlich wieder ein spawner versteckt da sind auch ein name tag fäden fäden sind ganz gut weil da können wir dann können wir uns dann vielleicht endlich mal einen bogen basteln das wäre nämlich eine ganz gute geschichte so dann gehe ich jetzt noch mal nach oben nach hause gehe eine runde schlafen und dann werden wir weiterhin den baum abholzen damit wir die brücke auch relativ zeitig fertig kriegen wir haben ja letztes mal angefangen zu bauen jeden fall ist das unser aktuelles bauvorhaben da drüben wie ihr seht wir haben schon fast zwei sticks von dem holz das sieht schon alles ganz vorteilhaft aus das haben wir hier brause ihn jetzt sogar auch noch mal gefickt ja ich hatte da ein paar papieren so ein kleines zirn hier haben wir sogar noch die schaufel das ist natürlich wieder eine aufnahmesession das heißt wenn es euch gefällt lasst gerne ein like abo oder kommentar da es wird wieder wie die letzten male auch keine ankündigung geben also kein hallo im stream sondern es geht nahtlos weiter im 15 minuten takt zu den aufnahmen ich werde probieren heute mal ein paar folgen mehr aufzunehmen weil ich brauche ein bisschen zeit für gewisse andere projekte ich bin satt naja was machst du denn hier jetzt müssen wir hier wieder in den abgrund stürzen so so die frage ist was bauen wir jetzt für eine brücke ähm das grundgerüst habe ich ja gut hingekriegt aber ich muss mir ja überlegen dass ich da von unten einen bogen drüber gehen oder von oben eher so einen anderen bogen 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 21 23 23 24 24 24 25 25 ich werde mal gucken wie lange das projekt hier noch laufen wird es gibt leider wenig rückmeldung von euch das finde ich ein bisschen schade aber vielleicht ändert sich das ja auch in der nächsten zeit noch mal würde mich zumindest freuen so 27 habe ich gesagt die hälfte ist 13 also auf 14 2 4 6 8 10 12 14 wäre hier die mitte muss halt jetzt irgendwie so ein bogen hinkriegen das habe ich sonst eigentlich immer gut geschafft das werde ich auch dieses mal irgendwie hinkriegen das passiert hier oft so sieht eigentlich schon mal gut aus 3 3 und dann 4 So, dann müssen wir hier so ein kleines Töhrchen hinbauen. Der sollte muss auch noch ein bisschen die Erde weg, weil wir können natürlich kein Fundament, kein Tor in dem Sinne auf so ein loses Fundament stellen. Stellung. Warte mal, kann ich eine Chissel machen? Wobei könnten wir auch im Nachhinein machen. Fangen wir im Nachhinein eine Diamantschüssel. Wieso habe ich denn hier so viel Erde weg gemacht? Das ist ja eigentlich völlig in Ordnung, wenn da nichts ist. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? So, dann müssen wir hier mal grad gucken, dann machen wir hier mal so ein, so was hier. So, dann können wir hier mal gucken, dann können wir hier mal gucken, dann können wir hier mal gucken. Ich glaub ich mach hier mehr, also breiter einfach. Das ist ja unser Hauptbollwerk, von dem her kann das ruhig ein bisschen breiter sein. Kann ich hier nämlich Fackeln reinsetzen. Und dann kriegt das Einzel schon mal eine Form. So. 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 Jetzt, das war's schon, ich hab nicht mehr Holz. Kann ja gar nicht sein. Hat unsere coole Treppe benutzen. Ist ja auch schon ein bisschen was an Holz runtergefallen. Ich hoffe mal, dass das noch da liegt. Eins. Lollomat. Ja, aber das ist grad mal das eine Holz, was wir eben jetzt noch brauchen. so. Ähm. Ja, dann machen wir da noch ein paar Zäune. Können wir jetzt vielleicht kurz machen. Gibt auch noch ein bisschen Kohle. Ich will halt nicht alles, alle Ressourcen hier jetzt abgrasen. Sonst sieht das alles so löchrig aus. Deshalb müssen wir ein bisschen gucken, wo ich jetzt was weg mache und wo nicht. Hier kann ich glaube ich. Da fällt es auch nicht ganz so auf. Aua. Gibt es noch mal die Vormeergang zu craften. Ah doch, Zäune wollte ich noch ein paar machen. Ich weiß nur immer nicht, ob es so rum ist oder andersrum. So. Und die Taunches brauchen wir und die Zäune. So. 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 So.